Yo YouTube, was geht ab? Herzlich Willkommen zurück zu der Bonus-Folge im letzten Super-Finalen keine Ahnung was, Drecksleveln und mit dem lieben Rauny und wir haben, also wer die Folge jetzt gerade nur diese Folge sieht, geht zurück, schaut euch die Bonus-Folge rein, schaut das Ganze nicht play an WTF, aber wer gerade eingeschaltet hat hier zu dieser Folge, wir probieren den Super-Finalen-Test zu machen, da werden alle Abzeichen so durchgemacht und wir sind mitten drinnen, das heißt diese Bonus-Folgen werden so lange wie bis das wieder ein Level schaffen, sehr gut, danke, um alle abzuholen, richtig schön gemacht, Alter. So, let's go, Render! Sagen wir, du ready bist? Jetzt. Ich check's nicht, was ich da hinmache. Das muss man sich merken, das muss man sich merken, aber du kannst nach den Münzen gehen, jetzt hier neben mir. Warte, warte, warte. Let's go! Warte, wie ist es hier drin? Ich weiß, dass ich hab das noch nie durchgemacht, das Level, noch nie, noch nie, noch nie. So, jetzt hätte ich mich mit dem Gescheit drin springen. Ja. Okay. Okay. Das ist nichts. Mach, 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 mach den Weg. Okay. Hätten wir die Blume mitnehmen? Ich glaub nämlich, ja. Ah. Ah. Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Da. So, als erster müssen wir auf werden. Es geht nicht, ich schwör's dir, es geht nicht, er macht Irgendwas. Ich mach's mir hin. Ich bin jetzt schon im Bruch, die ersten 2 Minuten sind im Dreckslevel und ich bin im Geh, ich bin jetzt immer wieder zu Hause, ich bin jetzt nicht mehr. Also, einmal gegen die Wand und dann wieder. Stimmt, dann nach oben. Oh, das ist schon... Wenn du auf die Blume schießt gleich, dann sind wir nicht gleich rüber. Es sieht immer so aus, als wenn ich ultimativ schlecht bin mache, der schwindet nicht. Nee, also, wenn du immer vorspringst, was soll ich denn machen? Ich sag das im Film, wenn ich vor den Jinx ist. Oh mein Gott, ich war nicht. Ich glaube, das war viel zu bald. Das war viel zu bald. Alles gut, ich hab... Es ist zu schlecht. Ich schwörs nicht, ich werde das Level noch mal alleine machen. Aber so für mich zu wach. Alles gut. Jetzt. Schieß. Ja, das war super. Alles gut, ich bin nicht gleich rauf gekommen. Alles gut, alles gut. Er kann einmal rauf und dann rübelspringen. Ja, du springst zweimal nach oben und beim zweiten Mal halt dann rüber. Okay, drei, zwei, eins. Zettetz- Zettetz- Die eigentlich hätten wir es gleich mitnehmen können. Ja, ja, komm. Kann ich nicht auf die Gründe springen? Ich konnte nicht sagen, es ist so schwierig. Ich schwöre es zur Zeit, einen Charmflug zu behalten. Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, ich mach's entspannt. Let's go! Oh, scheiße! Das ist mir gar nicht so gut mit dabei. Ich weiß, dass du Fluch und Segel zugleich. Ich würde die Kante zweit bisschen durchgekarrieren. Leg gleich, leg gleich. Alter, was? Haoni zaubert! Der Haoni ist am Zaubern! Das war gut. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Na, nicht dieses Level. Ich hasse es. Das müssen wir wieder machen. Ja, das müssen wir mit dem Feuerdingen ausweichen. Okay, wir sind zu zweit. Oh, wieso? Ich habe nicht geschockt. Geh links, geh links, geh links. Komm, bitte zu mir, Anker. Ja. Ich habe versaut, du musst genau... Lass uns immer alleine. Ich glaube, alleine geht das. Oh, ich sehe nichts. Dann geht das. Ich muss... ... ich bin zuerst, oder? Ja, ich. Das ist heute mit der Kamera. Okay, ich bin zuerst. Komm, bitte zuerst. Komm, bitte zuerst. Komm, bitte zuerst. Okay. Ich bin zuerst, aber mir geht die Kamera hin. Ja, genau. Warte, wir gehen zuerst, oder? Ja, geht zuerst. Alter, okay, das ist schwierig, das ist richtig schwierig. Ja, mach, 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 mach. Ja, mach, 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 mach. Was? Haul, bitte. Mich hat's mitgezogen. Hey, what the fuck? Stimmt, ja. Dann müssen wir einfach durch, dann müssen wir schauen, dass wir zu zweit durchkommen, gleichzeitig. Cory, ich hab nicht. Sorry, sorry. Ich bin nicht. Ich schau doch nicht mehr auf dich, ob du nachkommst. Das ist so cool. Alter, wie viel Geld? Die sind runter. Keine Ahnung. Eigentlich müsste das runtergehen. Oder vielleicht waren die zu schnell. Mal schnell. Oh Gott, sorry. Warte, ich sparte hier. Mach das lieber nicht, ich muss es besser gehen. Hä? Warte, ich bin... Hast du das gesehen? Nee, ich muss mich auf mich konzentrieren, Raun. Es geht nicht. Ich bin hier hängen geblieben. Hängen geblieben? Oh, oh. Wer hängen bleibt, stützt dich da. 3, 2, 1. Let's go. Wow. Ich schwör, wenn ich das einfach schaffe, erzähl ich das an, was ich geschafft habe. Ich schwör, wenn ich das einfach schaffe, erzähl ich das einfach, was ich geschafft habe. Ich hab auf dich geschaut. Was? Was? Alter, was? Alter, was? Hier, Alter. Hast du mal gecarried, Alter, geil. Warum du, Mann? Was? Was? Ich glaub, ich ist besser, wenn ich zuerst. Ich hab die Kamera... Okay, weiter. Ja, ist egal, ich muss es machen. Ja, lass mich ein Klinik entnehmen. Das ist alles. Nein! Zieht durch, zieht durch, zieht durch. Warte, 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 warte. Wir haben Leben verloren, wir haben Leben verloren. Aber wir sind durch! Ja, 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 ja. Das Erste. Ich war, ich war, ich war, ich war. Nein, das geht's nicht los. Bist du deppert! Du hast es zurück geschafft! Du musst es probieren. Oh mein Gott! Warum magst du mich nicht zu dem? Wir kommen jetzt eh zu dem zurück. Wir haben es! Jetzt kommt es! Wenn du jetzt in die Richtung drückst, laufen wir. Ist es, dass wir über die Klippe laufen? Ja, genau. Das blöd ist, das geht jetzt so links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das wird jetzt richtig heftig. Okay, mal ausprobieren. Sag, wenn du in die Richtung gehen kannst. Oder du drückst, dass wenn ich hier bin, drückst du. Ich war bei dir. Muss ich springen? Ja, warte. Scheiße, ich hab mich so in die Hose geschickt. Ich hab mich so in die Hose geschickt. Alter! Oh fuck! Ja, lauf, 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 lauf. Ich hab's nochmal geschafft! Für uns, Trance! Okay! Was ist das jetzt? Äh, das müsste... Was ist das denn los? Oh, unser Lieblingsdings! Ah, das wäre ja... Alter, du musst das jetzt ja... Ah, okay! Andersrum! Dankeschön! So, was müssen wir hier machen? Was haben wir? Oh, was haben wir? Ich bin hängen geblieben! Behängen bleibt keine Dubschürzer und gelernt! Ich hab schon wieder für einen Trackshot! Hey, let's go, Roni! Wer holt das Ding diese Folge! Bitte Checkpoint! Oh, no, nekies! Wie machen wir das? Ah! Hey, wie willst du das auch holen? Warte mal, ich weiß es nicht. Ich hol das hier, ja, okay. Dann müssen wir da hin. Warte mal kurz, ich will mal kurz probieren. Warte mal kurz, ich will mal kurz probieren. Was ist denn los? Wo sind die Fläche hin? Ich will jetzt nicht schinken! Ich probier's jetzt mal, ich warte noch bis das die Dinger weggehen soll. Okay, hier ist Rattich komm! Ah, ich bin dagegen! Warte! Sehr gut! Du gezwst einfach! So, warte! Also, die Dinger werden heiß, dann hier so... Du sagst, der lässt irgendwann los. Ehrlich? Drück mir rein! Drück mir rein! Du sagst, der auch los. Ja! Wir müssen jetzt nach oben an den heißen Dingern. Dann müssen wir genau timingmäßig gehen. Und jetzt... Alter, Mann! Tschüss! Vom Checkpoint bitte! Hier muss die Münze! Keine Ahnung. Wir sind unsichtbar. Und hier ist kein Checkpoint! Warte, lass mich mal die Wolken wegmachen hier. Mit den Emotes schwammen! Immer springen, Emotes! Springen, Emotes! Springen, Emotes! Springen, Emotes! Ich mach die Emote! Äh, X! Oben! Nice! Ich wollte die Münze! Ich schwör's dir! Das ist so schwer! Ich hoffe, wir sind... Let's go! Ich hab den Wingen bekommen! Das ist so schwer! Ich hab den Wingen bekommen! Das gehört! Das ist so schwer! Das ist so schwer! Das ist so schwer! Dass ich wieder reinzukommen ist, dann ist das nicht gut! Läuft, der Läuft, der Läuft! Alles gut! Oh mein Gott. Obwohl der Level geht. Der schaut jetzt nicht so schwierig aus. Okay. Hey, bleib! Oh, scheiße. Ich bin zu früh. Sorry. Oh, gut. Jetzt habe ich noch mal die Möglichkeit, es nachzuspielen. Ich sehe nichts. Oh, scheiße. Das ist so doof. Jetzt kommt die Rakete. Ich spring. Ja. Das widerspricht alles in dir, oder? Ja, ja. Das meine langjährige Mario-Erfahrung widerspricht. Mein Körper sagt einfach Nein dazu. Das ist einfach gerade nicht gekommen, wenn wir beide gleichzeitig weggelaufen. Das ist einfach gut. Schau, bei mir geht es nicht mehr aus. Oh mein Gott, ich kotze im Straßenhurenzonen. Warum geht sich das nicht aus? Jedes Mal. Gleich. Ich schwöre es dir. Gleich. 3, 2, 1, 3, 1. Müll! Guck wie das an ist. Das wird mich doch picken. Guck wie das an. Was passiert hier? Hey, das kannst du jemand anderes ziehen. Jetzt habe ich wieder... Also ohne mich wäre es nie gegangen. Genau. Oh? Oh. 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 Ich bin wieder ein bisschen zu schnell Ronny, dass wir so in die Hose gehen, ich kann das nicht. Mein ganzer Reflex sagt, springt, wenn die Kante kommt, ich schwöre es da dagegen zu arbeiten. Das ist so schwierig, das ist wirklich schwierig. Ja, Basta, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Ich kann nicht, alles gut. Ja, er macht den Fehler! Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht in meinen Reflex rein. Mein Kopf sagt dazu, er schreit richtig so. Hey, warte! Nee, nee, ich warte. Dass du zu über die Kante laufst, sagst du. Fick, Mann, ich schwöre dir, ich bin so glücklich, Alter. Ja! Warte, Mann hat zugecarriert. Ja, komm, wir zugecarriert, die Scheiße, Alter. Vielleicht durchzüge, durchzüge. Doch nicht! Doch nicht! Ich habe zugecarriert. Drei, zwei, eins. Let's go! Ich schau schon wieder. Ich kann nicht, ich sehe das und es fickt mein Leben. Ich schwöre es dir, es kommt nicht auseinander. Diese Kante! Wer zu schnell geht und meine Reflexe, die sind so auf. Keine Ahnung, das bricht mich. Das hat mich aber schon gebraucht. Ja, komm, komm, komm. Ach so, das ist Musikanspünung. Das hat sich gejoggt. Das haben wir alles an dir. Ja. Jetzt habe ich auch gekackt. 3, 2, 1. 2, 2, 2, 1. 2, 2, 1. Kann ich mir gar nicht. Wie springe ich hier, dass die nicht raus geht. Dass ich auf die Scheiße sehe. Mein Gott, wenn gar nicht in mir liegt. Wo? Wo? Was ist das eigentlich? Ich seh nichts! Let's go. Ah, es ist zu viel. Ich bin das, wenn man da runterkommt. Ich bin echt nicht. Ich hätte mir gedacht, dass ich wieder rauskomme. Alter, der Level bricht nicht. Hey, Rode, wenn wir den jetzt nicht schaffen, ich schwörs, ich raste aus. Entspannen wir uns mal. Am Start. Nee. So, jetzt mal fahren. Und konzentrieren. Ja, zieh durch, zieh durch. Weh, du schaffst jetzt nicht. Ich hab's rausgehakt. Die überhaupt kein Druck geht oder so. Ich bin hier noch gegen die Wand, hast du gesehen? Ja. Was? Ich hab's gesehen. Okay, okay. Nach dem ist er drüber, dann nach dem oder was? Nein, das ist jetzt nicht, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wenn du direkt ganz oben erwischt, dann zieh dich die Fetze abgeschreibe. Oder so. So. Da wo die Münzen sind, da musst du schießen. Okay. Tag wann du ready bist? Ich bin jederzeit ready. Ich warte mal auf dich. Das ist egal wie es aussieht. Ja. 3, 2, 1. Let's go. Ich weiß, das ist zu zweit dann durch die Hölle. Ach so, da war er wieder. Let's go. Ich werde wieder passen auf die Rakete. Jetzt war das Problem. Hehehe. Wie? Jetzt nicht. Wie hat sie hier? Der wird wieder passen auf. Hier ist es normal. Du bist sehr zu viel. Ich seh nix. Ha. Wir haben nur noch ein 39, ich höre es ja, wenn wir das nicht tun, das ist der 2, ich muss das schaffen, wir haben zu viel Leben hier, wenn ich tot bin. Das ist über die Kante, ich schwöre es dir, ich bekomme überall Gänsehaut. Warte, warte, warte. Mit mir zieht es rüber zu dir, was soll ich machen? Ich spring ja, habt ihr gesehen, ich spring? Ich weiß nicht was aber das Spiel ist, deswegen komm mit auseinander. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott sei Dank. Ja, heilig ist das. Ja, denk mir Gott sei Dank! Du wolltest aber wirklich auch wissen, bei dem super special lecklichen Maschleber habe ich ja gesagt. Warum? Ja, weil du nicht jetzt gesagt hast. Ich weiß nicht, wie du gerade wegkommst. Jetzt? Was? Ich habe eh gezückt! Du... Du... Du hättest es doch holen können, Alter! Du guckst mich an, Idiot! Ja, ich habe... Ich rechne mir gleich, dass es vorbei ist. Oh, die halb wird. Hä? Du musst ja einfach schnellsteig tun, du gibst das raus. Nein! Ich warte nicht mehr! Nein! Ey, das... Ich schwöre es dir... Du kannst dich 30 Jahre Mario-Angewohnheiten jetzt ändern! Das geht halt nicht! Das geht einfach nicht! Wie kann man das machen? Ey, du kannst über die Kante laufen! Komplett, wir haben sich echt nicht zuerst einfallen lassen. Alle, die was auf Ewigkeit Mario spielt... Ja, okay... Mach's blind, bitte! Ja, bitte! Wuhuuu! Überlenke! Ey, hallo! Ja! Ne, man darf ein bisschen... Ey, warte mal, ich muss mich wieder nach vorne... Warte, ich bin so... So, jetzt full Fokus, okay? Drei, zwei, eins... Let's go! Das machen wir! Ah! 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 Es geht nicht... Yes! Los geht's! Oh, wir... Wie kann es, Levy? Geht mich um... Ne... War das jetzt im Video oder in Dele-Community? Alles klar? An jedem... An jedem... An jedem... Na, warte mal noch, warte mal noch... Warte mal noch, warte mal noch... Nach dem... So, jetzt nach dem... Okay, okay, okay... Let's go! Let's go! Mach 4 in der Mose! Mach 4 in der Mose! Beste Klärmüse! Beste Klärmüse! Beste Klärmüse! Beides Klärmüse! Beste Klärmüse! Das ist der Punkt. Oh! So! Aha! Ich hole die Sonne! We können gern rüber... Ja! Oh, oh, oh! Ich mach es so! Oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 no... Das war jetzt gleichzeitig... Du musst immer springen, dass du runter gehst, das ist ja so, was ist das? Du bleibst dir eigentlich lange aufspringen, wenn du nicht gut. Nein, ich werde aufbringen! Ich sperr. Ich sperr, dass die Kante triggert mich so hart. Ich kann nicht mehr, ich will das Level nicht mehr spielen. Ich brauche einfach aufgewogen. Ich brauche einfach aufgewogen. Ich brauche einfach aufgewogen. Ich höre mich so nicht an. Ich habe Glück, ich habe 100% gesiegt. Ich will. Ich habe Glück, ich gehe gleich alles hier weg. Ich schwöre es dir. Komm! Weiter so! Weiter so! Last Trap in dieser Folge. Dann geht es in den nächsten. Dansk NEW WEB Sehr gut, sehr gut. Ja, sorry. Oh, Junge. Oh, Junge. So, nach dem jetzt. Danke, Junge. Ja, schau, schön. Ist es schneller da, das Ding? Let's go! Let's go! Ich glaube, wir haben schon mehrere. 26 Minuten. Was machst du? Let's go! Let's go! Let's go! Tschüss! Tschüss! Jetzt kommt das Schwierig. Die Passage ist so schwierig. Jetzt kommt das Unsichtbarkeits-Ding. Aber warte, stopp, bevor wir das machen. In der nächsten Folge. Tschüss! 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 olabilir es? Vielen Dank.